Hallo! Gut zu wissen, der Finanzratgeber Ihrer Feuerbank Kuburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu Wissen. Mein Name ist Michaela Engel und ich bin als Private Banking Beraterin bei uns im Haus tätig. Heute möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in das Thema Wertpapierdepots geben. Ein Depot dient im Grunde als Verwahrmöglichkeit Ihrer Wertpapiere. Das können zum Beispiel Zertifikate, ETFs oder Aktien sein. Früher wurden die Wertpapiere tatsächlich in Papierform in einem Schließfach aufbewahrt. Heute funktioniert das alles digital über ein Kundenkonto bei Ihrer Feuerbank Kuburg. Ihr Kapital in Form von Wertpapieren wird mithilfe Ihres Depots verwaltet. Sie haben zu jeder Zeit Einblick in den Wert Ihrer Geldanlage. In der Regel sehen Sie Ihren ursprünglichen Kaufpreis und den aktuellen Kurswert. So haben Sie einen schnellen Überblick, welche Geldanlagen sich wie entwickelt haben. Ihr digitales Depot ist immer auf dem neuesten Stand, damit Sie auch wirklich den Überblick nicht verlieren. Haben Sie sowohl Einsicht in jedes einzelne Wertpapier als auch in das gesamte Depot aus Wertpapieren, das Sie besitzen. Warum ist es sinnvoll? Wie Sie wahrscheinlich wissen, leben wir in Zeiten von extrem niedrigen Zinsen. Das bedeutet, dass die klassischen Wege des Vermögensaufbaus heute nicht mehr zielversprechend sind. Eine für die meisten sehr sinnvolle Alternative ist der Aktienmarkt, in den Sie mithilfe Ihres eigenen Depots einsteigen können. Wer mit Aktien handeln oder sich Fondanteile kaufen möchte, kann auf ein oder auch auf mehrere Wertpapierdepots nicht mehr verzichten. Ein Wertpapierdepot dient als Grundlage zum Vermögensaufbau. Man kann die Marktchancen aktiv an den Weltbörsen nutzen. Es ist ein Teil der Altersvorsorge und eine Sparform für große Ziele. Wussten Sie eigentlich, dass die Top 20 der reichsten Menschen der Welt alle mindestens ein Depot besitzen? Wer also langfristig etwas aus seinem Geld machen will, sollte nicht darauf verzichten. Es ist nämlich für jeden sinnvoll, der sein Kapital anlegen und vermehren möchte. Es ist vor allem für diejenigen sinnvoll, die sich aktuell noch nicht so genau festlegen können oder wollen, weil es extrem viel Flexibilität bietet. Eine gute Geldanlage sind auch Aktien oder Fonds. Bei einem Onlinehandel brauchen Sie nur die Wertpapierkennnummer und die Stückzahl zu erfassen. Die Prozesse sind sehr übersichtlich gestaltet. Wenn Sie also etwas aus Ihrem Geld machen möchten, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich Ihr eigenes Online-Depot zu eröffnen. Im Zeitraum vom 1. Juni bis 30. September 2021 erhalten Sie fünf kostenfreie Transaktionen. Man nennt diese auch Trades, wenn Sie ein Online-Depot bei Ihrer Feuerbank Coburg eröffnen. Melden Sie sich einfach heute noch. Ihre Berater helfen, wenn Sie Fragen zur Abwicklung haben. Gut zu wissen, der Finanzratgeber Ihrer Feuerbank Coburg.